Die Avengers wurden gegründet, um die Welt sicherer zu machen. Wir mögen zwar nicht perfekt sein, aber auf uns können wir uns verlassen. Dein Urteilsvermögen hat deutlich gelitten. Dein Kamerad hat gestern unschuldig umgebracht. Steht der Wunsch nach Sicherheit... Es muss Grenzen für uns geben. Aber was opfern wir dafür? Manchmal möchte ich dir deine perfekten Zähne rausschlagen. ...über dem Wunsch nach Freiheit... Gratuliere, Cap. Du bist jetzt ein Verbrecher. Was auch geschieht. Ich lebe damit. Auf welcher Seite... ...stehst du... Die FreeTV Premiere. The First Avenger Civil War. Sonntag, 3. März, 2015.